Ich präsentiere euch, also ich weiß nicht wie der heißt, vielleicht auch X-Wing, vielleicht ich habe ihn. Dieses Z war ungefähr wie dieser hier. Die kommen von dem. Von diesem Z? Ja. Da war vorher so, aber da habe ich ihn umgebaut. Ja, da ist die Teile rausgebaut und hier rein eingebaut. Ausgenommen, schön, super. Es ist schränkbar noch dazu. Ja auch. Fantastik. Ja. Hier, also hier, hier weiß man schon, das kann man aufmachen. Hier, das weiß ich schon. Ja, an Stickluke. Genau. Man kann hier am Fenster aufmachen, das weiß ich schon. Ja, super. Ja, hast du schön gemacht. Ja, toll. Und dann kann ich mal die Flüge aufschlappen. Ja, so sieht das aus. Fliegen, ne? Ja. Kann man sagen, in der Nähe, zum Fliegen. So, wenn die Flüge aufgespeichert, dann sieht das so aus. Das ist schön. Fantastik. Ja. Mmh. Exzellent. Gut. Wir haben ein Set Geld gespart. Und neu kaufen. Was? Ja. ... ... ... ... ...